Herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing. Da das letzte Paket bei euch und bei mir auch so gut ankam, habe ich die Linero mal nach einer Kooperation gefragt. Und siehe da, sie haben mir so ein Riesen-Weihnachtspaket zugeschickt und das packen wir jetzt zusammen aus. Los geht's! Okay, das erste Produkt springt mich schon an. Es ist ein Riesen-Christstollen. Yay! Ich bin eigentlich nicht so der Christstollen-Fan, aber der ist aus Dresden und Lissi ist aus Dresden. Und wenn Lissi, wenn du das siehst, deswegen muss der einfach gut sein. Dresden ist außerdem eine Hammerstadt. Also würde ich sagen, probieren wir den einfach mal. Von dieser Mama hier gebacken. Wenn ich ausschaue, als wäre eine Dampfhalz über mich gefahren, dann liegt das daran, dass eine Dampfhalz über mich gefahren ist. Bitte verzeiht mich. Das ist der Schutzverband. Leute, das ist der Schutzverband Dresdner Stollen. Was es nicht alles gibt. Wow. So, ich halte hier ein Stück Geschichte in meiner Hand. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Das ist so toll. Also wenn der mit Marzipan ist, dann liebe ich ihn jetzt schon. Ich hoffe, der ist mit Marzipan. Auf jeden Fall mit vielen Rosinen. Man redet mich nicht mehr vor im Mund. Ein Dresdner Traum. Super. Bisschen süß. Ist mir ein Ticken zu süß. Aber hat so eine... nicht so eine stolzige Konsistenz. Das ist irgendwie schön weich. Aber ich höre nicht mehr auf zu essen. Das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Mhm. Mh. Mal probieren. Probieren. Da ist was Flüssiges. Sauerkirschlikör. Tokai Spirit. Glam Maggie. Glam Maggie. Das ist offensichtlich für Frauen. Das ist glamourös. Schätze ich mal. Ähm. Sauerkirschlikör. Besondere Spezialität für Liebhaber von edlen Obstlikören. Alles mit Obst ist gut. Alles mit Likör ist gut. Für die Herstellung werden nur sorgfältig selektiert und handverlesene Sauerkirschen verwendet, die mit fein abgestimmten Gewürzen den Charakter dieses Likörs ausmachen. Leute, es ist 10 Uhr morgens. Why not? Wir probieren's. Ich finde Kirschlikör sowieso extrem gut. Ich liebe Kirschlikör. Das ist auch der beste Obstlikör, finde ich. Es gibt diesen Eckes-Kirschlikör. Also ihr den kennt. Den, da trinkt man immer zu viel. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Wir haben auch junge Zuschauer. Ich liebe es, wenn Flaschen ploppen, wenn man sie aufmacht. Ich weiß, das ist voll die Spielerei. Die schüttelt nicht gerührt. Prost. Das ist Sauerkirsche, weil es eben nicht so süß ist wie ein normaler Kirschlikör. Was mir sehr gefällt. Ich trinke gerade ernsthaft um 10 Uhr morgens Kirschlikör. Oh mein Gott. Wie konnte es so weit kommen? Wir machen schnell weiter. Das ist übrigens ein richtiges Weihnachtspaket. Also wenn ihr jetzt nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann weiß ich auch nicht. Spekulatius sehen ein bisschen aus. Von außen finde ich wie diese holländischen Waffeln. Wahnsinn, die hübsch verpackt. Nee, das kann ich nicht auspacken. Das ist zu schön. Feines aus dem Gebäckhäuschen. Feines Spekulatius Waffelgebäck. Nach traditionellem Rezept abgeschmeckt. Knusprig dünn. Wie aus der Backstube hochwertig verpackt. Im Lebkuchenhäuschen. Cool. Na gut, wir probieren es trotzdem. Ich bin immer voll schlecht. Ich zerreiße immer alle Verpackungen. Auch wenn ich Geschenke auspacke, dann ist es immer so. Ich bin echt eine Nietzsche in sowas. Ja. Man darf ja Hilfsmittel nutzen. Ja, das riecht spekulatiusig. Sieht aus wie Spekulatius. Und siehe da, es schmeckt nach Spekulatius. Nicht so süß wie das Billige. Also, das muss man ihm lassen. Es ist wirklich, also es ist schon, es schmeckt fein. Aber die Verpackung ist, glaube ich, das, was das Besondere drin ist. Ich finde den Geschmack wahnsinnig toll, wenn man ihn kombiniert in Puffy oder in meine Wengkuchen oder Stollen. Das muss ich mal ausprobieren. Ah, das kommt mir bekannt vor. Fondue au Chocolat Noir. Das ist ein Schokoladenfondue. Das kenne ich irgendwie aus einigen Shops, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Also auch wieder ganz, ganz süß verpackt. Ich habe gehört, das soll richtig geil sein, weil es ist halt irgendwie, es wird dann flüssige Schokolade und dann kann man, ja, Erdbeeren, Obst, Gemüse, Bacon und was einem sonst noch für Crazy Shit einfällt, reintauchen. Das schmeckt bestimmt gut. Und es ist 70-prozentige Schokolade. Ich bin ein Riesenfan von 70-prozentiger Schokolade, weil ich mag die lieber als die Vollmilch, weil sie diesen leicht herben Geschmack hat. Ich glaube, es gibt auch einige von euch, die mögen das auch total gern. Das mit Banane ist auch geil. Das mit Banane und Joghurt. Milk Chocolate with Cranberry Apples and Ginger. Das sind alles natural ingredients, alles natürliche Zutaten, pure Kakaobutter, handgemacht. Cortez Premium Chocolate. Bisschen sauerlich durch die Cranberries. Den Ingwer schmecke ich jetzt nun gar nicht. Schokolade ist ganz fein. Die Cranberries sind nicht so meins. Ich mag es nicht, wenn sowas Säuerliches reinkommt. Ach so, ah ja, okay. André möchte auch. Okay, also Janik, der Kameramann, findet es lecker. Und der Herd möchte auch was haben schon wieder. Aha. Glog. Glog. Glögi. Jahrgangswegkever Glögi. Jahrgangswegkever Glögi. Jahrgangswegkever Glögi. Jahrgangswegkever Glögi. Drinkfertige Mischung im Topf oder in der Tasse auf 60 Grad erhitzen. Nicht kochen. Nee, das probiere ich jetzt nicht. Aber ich bin mir sicher, das wird total gut schmecken. Aber ganz ehrlich, mein Abgesehen davon, ob das jetzt schmeckt oder nicht, diese Verpackung ist wirklich der Wahnsinn. Diese Flasche ist so geil, ja mal. Die werde ich mir auf jeden Fall bei mir zu Hause ausstellen als Schmuckstück. Das ist ja ganz, ganz entzückend. Schon wieder was Keksartiges. Aber es sind alles so Plain-Kekse. Ich glaube, die Skandinavier übertreiben einfach nicht so gern. Die sind so ganz schlicht. Ganz, ganz schlicht. Mhm. So sind auch ihre Kekse. Wow. Ich probiere es einfach. Das riecht original wie spekulatisch. Moment, Moment, ich vergleiche meine beiden Spekulatius. Spekulatius Keks und Spekulatius Waffel. Mhm. Sollte ich einen Unterschied merken? Ja, das ist voll okay. Spekulatius. Wie gesagt, ich würde die irgendwie verarbeiten und dann ist es top. Aber so, also ich würde jetzt nicht zu Hause sitzen und Spekulatius marschen. Oh, ich habe was, wenn ich Musik machen kann. Das liebe ich jetzt schon. Ich glaube, ich kann es auch essen. Aber ich will lieber Musik damit machen. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Mandeln, knusser Mandeln im Glas, auch selbst gemacht. Mandeln, Zucker, Zimt, weil selbst gemacht am besten schmeckt. Super. Ja, mehr muss man nicht reinschreiben. Mh, mh, mh. Das kann ich Ihnen mal vergleichen mit meinen eigenen. Das sind gebrannte Mandeln. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich die Dinger selber macht, schaut doch mein Video gebrannte Mandeln selbst gemacht an. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Das bekommt ihr auch selber hin. Ist es abgefahren? Es ist aufgesprungen, glaube ich. Ich glaube, das war nicht beabsichtig. Das gehört eigentlich zu. Aber es ist jetzt offen gewesen. Es war jetzt irgendwie so, huh, was kommt hier? Was passiert hier? Sie sehen so surreal aus. Das ist auch echt so, das war hier wieder typisch. Das ist auch echt so ein richtiges Prinzessinnengeschenk, finde ich. Mh, 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 mh. Weiße Schokolade außen. Lakritz. Ist das abgefahren? Nein, das ist abgefahren. Was ist dieses rosa Glitzerding? Das färbt auch ein bisschen ab, aber das ist, ist das cool. Und Pralinen aus süßem Weichlakritz, umhüllt von weißer Schokolade. Ich mag noch mal sie. Oh, das ist Kakao. Nein, das ist nicht Kakao, das ist Trinkschokolade. Trinkschokolade ist ja immer noch intensivere Schokolade. Wir verarbeiten nur erstklassige Rohkakaos aus den besten Anbaugebieten der Welt. Erleben Sie den unwiderstehlichen Duft und die Aromenvielfalt unserer Trinkschokoladen. Ein unvergessliches Erlebnis. Das ist Simon Confiserie. Die heißt Simon Confiserie. Die heißt Simon Confiserie. Sehr lustig. Mein Freund heißt Simon, deswegen ist das lustig. Ich finde es total süß, dass Simon mir so ein Geschenk macht. Das ist eine Confiserie seit 1903 in Passau. Ich kopiere es mal schnell aus, wie sie schmeckt. Einfach 0,2 Liter Milch in einem Topf, ich brauche ca. 80 Grad Celsius erhitzen, aber bitte nicht kochen. Heiße Milch in eine Tasse umfüllen und ca. zwei gestrichene Verschlusskappen Trinkschokolade unterrühren in die Tasse einfüllen. Wisst ihr, was cool ist, was mir jetzt gerade einfällt? Ich kann gleich in meine Trinkschokolade dann ja mal die Spekulatius reintunken und schauen, wie das so schmeckt. Ganz löst sich's nicht auf, glaube ich. Es sind noch immer so ganz kleine Stücke. Und es ist ein bisschen heller als normaler Kakao. Ich probiere es jetzt mal. Das ist echt Nougat. Das schmeckt nussig, cremig. Leute, es duftet herrlich nach Schokolade. Und ich würde sagen, Regulatius, Trinkschokolade. Himmel. Für mehr Unboxings, gebt doch einen Daumen nach oben. Vielen Dank an Delinero für dieses weihnachtliche Paket. Ich bin jetzt voll in Stimmung und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bussi, Baba. Bis zum nächsten Mal.